Block ist das Unternehmen hinter der Cash App. Cash App ist in den USA ein Zahlungsdienstleister, so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit PayPal oder so. Also ihr könnt einfach mit dem Handy bezahlen, ihr habt dort auch eine Karte und was eben Jack Dorsey macht, er bringt dort auch Bitcoin mit rein in diese App, so dass die Menschen das nutzen können, natürlich mit einem Zahlungsdienstleister dahinter, keine Frage, aber er möchte, dass das Protokoll mehr Menschen benutzen können. Und das Spannende ist, dass Jack Dorsey schon den einen oder anderen schlauen Move gemacht hat. Beispielsweise gibt es ja diesen Bitcoin Fork, Bitcoin Cash. Und Bitcoin Cash versucht ja immer wieder sich als den echten Bitcoin darzustellen. Und das Spannende ist, dass es bei Bitcoin Cash eine Wallet gab, die hieß einfach Cash App. So, und wenn jetzt Leute Bitcoin Cash App gegoogelt haben, dann sind sie natürlich erstmal bei Bitcoin Cash gelandet. Aber Jack Dorsey hat durch die Cash App und die Integration mit Bitcoin und die Werbung damals bei der Bitcoin Miami Konferenz dafür gesorgt, dass wenn man Bitcoin Cash App googelt, ganz schnell, Achtung, als erstes Ergebnis auf der Cash App landet von Jack Dorsey. Und nicht mehr bei Bitcoin Cash. Und das ist natürlich schon mal eine spannende Sache, dass er alleine hier, ihr seht das, Google zeigt noch hier Bitcoin Cash als Währung an, aber angezeigt hier als ersten Service ist die Cash App von Jack Dorsey. Und damit hat er natürlich den B-Cashern, also den Bitcoin Cash Leuten, ein kleines Schnüppchen geschlagen und seotechnisch mal eben eine ganze Kryptowährung ausgespielt mit seiner App. Also solche Sachen macht er teilweise im Hintergrund. Wenn man sich ein bisschen auskennt, stellt man das fest und merkt, ah, cleverer Move, ja. Vor allem, weil auch seine App ein grünes Symbol hat, genauso wie Bitcoin Cash, ja, dieses B ein grün hat und so, ne. Also es sind so ein paar Hinweise versteckt. Ja, und jetzt hat er einen Aktionärsbrief rumgeschickt und hat nochmal klargemacht, so, passt mal auf, wir wollen unsere Bitcoin-Strategie weiter ausbauen. Im Endeffekt ist es halt so, dass er sich vor allem auf Bitcoin fokussieren will. Also viele wünschen sich ja immer gerade bei den Aktionären, ja, lass doch hier alles mögliche an Krypto-Quatsch machen. Nein, nicht so bei Jack Dorsey. Jack Dorsey möchte hier wirklich nur Bitcoin nutzen und hat das auch nochmal bewusst gemacht. Er hat gesagt, warum zum Teufel verbringt ihr alle so viel Zeit mit Bitcoin? Diese Frage wird so oft gestellt, wir wollen diesen Quartalsbrief nutzen, um sie zu beantworten. Und da ist er darauf eingegangen, dass man sich darauf fokussiert. Er sagte, wir sind der Meinung, dass die Welt ein offenes Geldprotokoll braucht, das nicht von einer einzelnen Einheit kontrolliert wird. Wir glauben, dass Bitcoin der beste und einzige Kandidat ist, um dieses Protokoll zu sein und letztendlich die native Währung des Internets zu werden. Und da gehen wir natürlich alle mit. Ich meine, es macht auch keinen Sinn, mehrere native Währungen im Internet zu haben. Das ist ungefähr so, wie es keinen Sinn macht, mehrere Internets zu haben. Der Netzwerkeffekt bei einer Kryptowährung oder einem Internet ist eben dann am stärksten, wenn alle das gleiche Internet benutzen. Und genauso ist es auch bei einer Währung. Du hast die größte Währungsstabilität, die größten Annahmemöglichkeiten. Also der Austausch wird überall angenommen, wenn alle das gleiche Netzwerk benutzen. Auch bei Zahlungsnetzwerken ist das der Fall. Und das zeigt sich auch über die Zeit. Ja, es gibt ganz viele Konkurrenten und Kryptowährungen, die denken, sie machen was besser. In der Regel sind die alle zentral verwaltet oder in letzter Konsequenz nicht vertrauensfrei. Also die haben Vertrauensparteien, auf die man zurückgreifen muss. Und über die Jahre zeigt sich immer wieder, ja, die haben da mal so einen Aufschwung, aber eigentlich dominiert Bitcoin immer durchgehend und bleibt das auch. Und das ist eben das, was er hier auch feststellt. Bitcoin ist das native Wertprotokoll, Geldprotokoll fürs Internet. Da gehe ich so auch mit. Ja, sehr spannend ist, dass er jetzt die Bitcoin-Strategie nochmal ausbaut und hat nochmal klargemacht, dass er hier eben nur auf Bitcoin setzt. Warum Bitcoin und nicht all die anderen Kryptos? Satoshi hat Bitcoin entwickelt, um ein ganz bestimmtes Problem im Zusammenhang mit Zahlungen zu lösen, das die Welt seitdem als äußerst wertvoll erkannt hat. Die meisten anderen Projekte lösen entweder keine anderen Probleme oder versuchen lediglich ein spekulatives Handelsgut zu sein. Wir profitieren von einem offenen Geldprotokoll und das ist es, worauf wir aufsetzen wollen. In der Vergangenheit und auch in der Zukunft geht unsere Investition in Bitcoin über die Technologie hinaus. Sie ist eine Investition in die Zukunft, in der die wirtschaftliche Selbstbestimmung die Norm ist. Nochmal wichtig, weg von zentraler Geldschöpfung, weg von diesem CBDC-Gedanken, wo eine zentrale Partei all das Geld, all den Wert aller Menschen kontrollieren kann im letzten Moment. Das heißt ja auch, dass die Menschen keine Souveränität mehr haben, wenn es hart auf hart käme. Dieses Engagement treibt unser Geschäft in neue Bereiche, eröffnet unseren Kunden neue Möglichkeiten und sichert ihnen unseren Aktionären dauerhafte Werte. Ja, dann hat er noch gefragt, was die Community will und das finde ich auch spannend. Bei der Umfrage kam heraus, zum einen wollen die Leute, dass es einen leichteren Zugang zu Bitcoin gibt. Allerdings gibt es den auch schon. Mehr Sicherheit wollen die Leute gar nicht so sehr. Klar, 15 Prozent wollen das, aber eher geringerer Anteil. Und was aber für richtig viele wollen ist, dass man es so im Alltag nutzen kann. Das ist das, was die Menschen versuchen, mit Bitcoin zu schaffen. Aber hohe Transaktionsgebühren, ein immer noch relativ komplexes Transferprotokoll. Klar, eine Bitcoin-Transaktion durchzuführen ist nicht schwer und so weiter. Aber wirklich einen leichten Zugang zu haben, ist das, was aktuell noch fehlt. Und da gehe ich auch mit. Ich denke auch, dass die Entwicklung in diese Richtung gehen muss. Ja, und da hat sich dann Jack Dorsey noch zusätzlich geäußert und hat gesagt, Sie planen jetzt, Achtung, haltet euch fest, 10 Prozent des Brutto-Umsatzes aus der Cash-App jetzt in Zukunft in einen Bitcoin-Sparplan laufen zu lassen. Ja, und das waren im April alleine schon 4,4 Millionen US-Dollar, die dann in Bitcoin hätten investiert werden sollen. Spannend ist, dass man auch Ende 2020 und Anfang 2021 für 220 Millionen bereits Bitcoin gekauft hat als Unternehmen. Und die Investition hat sich gelohnt, denn daraus sind heute über 500 Millionen geworden. Also das war schon mal ein ganz cleverer Move und da zeigt sich auch nochmal, auch große Unternehmen können das Interesse an einem Sparplan bekommen. Und da sieht man auch bei einem längeren Zeitraum, wie sehr sich finanziell sowas dann am Ende lohnt, eher als einfach Fiat-Geld auf dem Konto liegen zu lassen, um mit Bitcoin natürlich auch noch ein Gut zu haben, was zensorresistent funktioniert und, wenn man es möchte, auch selber verwaltet werden kann. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!